Wird die Rente mit 63 abgeschafft? Besorgte Kunden fragen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe am 22.12.2022 eine Mail erhalten, da steht folgendes sinngemäß drin. Sehr geehrter Herr Knöppel, ich habe Ihren Kanal abonniert, immer auf dem neuesten Stand. Wunderbar, Ihre Ausführungen. Darf ich Ihnen eine kurze Frage stellen? Ja, warum nicht? Meine Frau ist 1960 geboren, die könnte also im Dezember 2023 in eine Rente mit 63 gehen. Sie hat die ganzen Wartezeiten erfüllt. Nach dem Hickhack wegen der Abschaffung, eventuell mit der Rente mit 63, ist es da besser, Anfang 2023 den Rentenantrag schon zu stellen für Dezember 2023. Wenn die Abschaffung kommen sollte? Ja, meine Damen und Herren, das ist eine ganz spannende Frage. Wir sagen ja immer grundsätzlich, den Rentenantrag sechs Monate vor Rentenbeginn zu stellen. Aktuell, mit Stand 23.12.2022, ist für uns nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber überhaupt vorhat, die Rente mit 63 abzuschaffen. Es gibt weder ein Gesetzgebungsverfahren noch irgendwelche andere Dinge, die darauf schließen lassen könnten, dass die Rente mit 63, also hier die Altersrente für langjährig Versicherte, tatsächlich abgeschafft wird. Also wenn Sie sich nicht sicher sind, dann stellen Sie meinetwegen gerne den Rentenantrag im März oder April 2023, aber nicht im Januar 2023. Also aktuell ist überhaupt nicht erkennbar, dass die laufende Bundesregierung die Rente mit 63 abschaffen möchte. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.